es geht meine freunde heute erkläre ich euch ganz einfach wie man fatalities macht vor streckern call of duty modern warfare und ihr seht hier diese beiden camper die muss man auf jeden fall hinrichten die muss man bestrafen einfach die grundlage ist man schleicht sich hinter den an also je nachdem man muss auf jeden fall hinter den sein und die messer taste muss man gedrückt halten von hinten nicht einmal drücken je nachdem in welcher taste ihr messer hat einfach gedrückt halten und man habt ihr schon den nächsten camper da wird sich angeschlichen ganz easy die taste gedrückt halten in seinen nacken rein und erst tot hier habt ihr noch mal ein beispiel von einem weiteren camper wie das nicht funktioniert wenn man das zu weit von vorne messer hat der ja schon traurig mann das ist echt traurig was soll man dazu sagen hier ist einmal klack von so weit vorne und es passiert nichts sieht hier muss richtig von hinten bleiben der immer von hinten weg mit dir das war's mit dem video ich hoffe ich hat's gefallen ich wünsche euch noch einen schönen abend ciao